Und damit herzlich willkommen zurück zu Kauntersdreik-Sauce mit... Mit was? Oh, Sauce? Hallo! Jetzt gehts immer los hier! Großgesagt und herzlich willkommen, damit womit? Also damit... Beste Antwort in der Welt von Alex. Kauntersdreik-Sauce, wir sind zuerst natürlich. Mit Sauce, Leute. Gute Engine. Okay, äh? Ja... Okay, alright. Der hat auch an, ja. Die Weedom-Boys, oder? Die haben eigentlich... Die haben halt wirklich... Die haben halt wirklich... Da ist einer... Da ist einer... Da ist einer... Wir beide haben nicht an... Der ist noch hinter mir, oder? Nein... Komm schon! Also einem hab ich 16 Schaden gemacht. Das ist grausig. Ja, hätt ich äh... Signal-Pers-Mane-Hating getötet. Das ist sowas nicht passiert. Dann hätten wir eine schon einen Ace gehabt. Mit Dauerfeuer. Auf die Füße. Wann kommt hier eigentlich die neue Engine mal raus? Ja, das wird gar nichts, ey. Nach dem letzten Major von drei Monaten. Gehen wir jetzt zu dritt B. Gunrad, booserst du mich rein? Wo willst du rein? In den Schaden. In den Schaden. In den Schaden. In den Schaden. Los, komm rein. Da ist einer! Meine Fresse! Gunrad! Wo bist du mich drauf? Jetzt rennt er weg! Ja, weil da einer war! Die kommen! Mitte noch einer 50 HP. Einer schon bei uns in der Base. Kommt jetzt VfB da hoch. Ja, das ist der, der 50 HP hat. Der kommt unten unten. Bomb has been planted. Was hat der denn für ein... Das Model sah so komisch aus gerade. Ja, der sah aus, als wenn der Messer in der Hand gehabt hat. Das war das Messer, was schießt übrigens. Der sah aus, als wenn der Messer in der Hand hat. Ja, das sieht komisch aus gerade. Das ist ein neuer Hack. Der Messer in der Hand hält. Ach! Das ist um den Gegner zu verwirren. Ich kann dann, wenn ich sage, boosten. Ja, dann werden wir beschossen werden von zwei Leuten. Es muss schneller gehen. Es muss schneller gehen. Alex, du musst einfach auf deiner Posi bleiben. Ja, das ist doch die Mitte. Kennt ihr nicht die krassen Tricks? Ja, das ist, wenn du zu zweit mit der Daps machst. Das sind aber nicht Solo. Ähm. Oh. Nein. Jawoll, es geht doch. Jo, Mitte. Wir haben sowieso noch ne Eco, also alles cool. Ja, Mitte. Danach wird es erst kriminell. Mitte drei Leute, einer schon close. Äh, einer weg. Einer ist oben drauf, glaube ich. Ja. Einer. Schacht. Alle beim Schacht. Schacht los. Oben links einer. Oben links einer. Oben links einer. Einer side. Goa, Goa. Goa, Goa. Goa, Goa. Yippie yeah. Das ist hier ein Polizist mit Laserschwert. Es kommt noch einer. Um Gottes Willen war das schlecht. Die haben die Bombe, fuck. Fuck. Also auf B gehen. Mitte, Mitte ist die Bombe. Ich hab noch Acht Schuss. In dieser Ecke ist er da links. Was? Das kann nicht sein, dass ich dich treffe. Okay, der ist da. Der andere ist vorwärts. Warte mal vorwärts. Ja, ist er. Ja, der stimmt immer noch. Der hat irgendwas mit Scope. AGP oder Scope. Er hat nur noch 30 Sekunden. Deploying, Flashback. Ein Flash. Nice. Das ist ein Gude, Echo. Gude, Echo. Hast du da hingesprüht? Ah. Nice, Echo. Vandalismus. Hier braucht man ja keine Helme. Kann ich schon auf dem Rang nicht. Ein Source. Ne, wenn die eh AKs haben. Also gerade jetzt brauchst du nen Helm. Ja, denn eben nicht. Weil die jetzt nicht mit AK rumlaufen werden. Meinst du? Ja. Mit AK. Stimmt, stimmt. Ja, ich dachte wir sind Terror weil ich die AK hab. Oh nö. Mitte oben Dach ist einer. Goa, Goa. Goa, Goa, Goa. Goa. Das ist ne gute Musikrichtung, diese Goa Musik. Ja, das ist ein oller Goa-Typ. Leid noch ab da. Steh doch da. Puh, Mann. Oh, der ist auch unzorgte Dude. Weil irgendwas passiert, muss er wem die Schuld gehen. Aua, ich hab halt schon gekriegt. Flashbang. Wie kann das sein? Der soll mal ein bisschen hier... Der soll mal ein bisschen schälen. Wir haben doch alle AKs gehabt ey. Was habt ihr denn? Der hatte doch kein AK. Doch. Da lagen 3 Stück. Was ist denn los mit dem Dude? Paprika? Ja. Paprika. Kannst du übrigens nie mit den ne? Uuh. Ich wollte nie mit den. Oh und hier, ja ja, hier alles, alles, alles. Hier, hier, hier. Komm noch hin. Ja ich bin auf B. Sorry ich war leichte Panik. Go, baby. Ich geh jetzt auf die A. Ich war leichte Panik. Ich guck da hin, aber kommen alle 5 da um die Ecke. Paprika. Haben wir noch zwei geholt. Gohan. Das ist ein Wort. Ich wurde gelernt. Das ist so. Gohan. Gohan. Der redet von Dragon Ball. Nein, die gehen jetzt nicht A. Die gehen jetzt A. Kann schon umgekehrte Psychologie sein. Mitte ist sauber. Einer vor B bis jetzt, Kunran. Kann aber auch sneaken. Für eine geheime Rife. Oh fuck. Da kommt einer näher, Kunran. Okay. Mob. Alter, ich kann die Smokes alle nicht mehr. Versuch mal grad was, Kunran. Er schießt mit nem Schatten. Nice. Einer Tür. Total random. Trotzdem geil. Na gut. Geht auch so. Flushbank. Das tut mich einfach mal anschießt, Alter. Du bleibst das Gower. Mitte war einer. Die spielen wahrscheinlich zu B dann, wenn der eine in der Mitte war gerade, oder? Okay, alles klar. Oh Mann ey. Musst du das Spiel neuer lernen. Von Grund auf. Main. Main. Last one main. Ja main. Goa. Goa ist ja schon down. Ich muss uns gar nicht in game callen. Ich hab ihn durch die Waffe gefischt glaube ich. Oh nein. Holy shit. Waffe Kunran. Wieso läufst du? Nimm die AWP links mit. Jetzt hol den ersten. Links. Wir haben einen AK haben. Nimm einen AK ist besser. Schaffst du den AK? 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 Das war jetzt ein bisschen übertreiben. Das war echt unnötig. Ich hatte Panik. Ich hab Angst vor Luftballons. Ich kann leider nicht mehr defusen die Bombe ab jetzt. Voll gemein eigentlich gegenüber dem Typen. Der wollte halt nur einen Call machen. Obwohl, wenn er stirbt dieses. Ja. Das ist dann nicht mehr so. Achso. Hier. Oh. Jetzt hab ich schon gekauft. 3 AWP. Alles klar. Doppel Orb auf B. AWP auf B. Beste Waffe ey. Ja. Stopp ey. Was? Sie haben auch 3 AWPs. Ja. Aber gegen mich können sie ja nichts. Meine Smoke rollt noch rein. Ich seh sie. Die hat mich voll. Die rollt immer noch. Sie sehen mich rollen. Das ist die unendlich rollende Mode. Die nimmt mal Fahrt auf. Hör auf zu lassen. Die dreht im Kreis. Warum dreht ihn denn? Was ist das für ne Unfall? Er bringt ja aber auch ein Popslash. Ändste Schieß. gut ist auch eine mitte x-control einer ist noch main er hat aber auch ein bisschen gefressen wieder b gehen kundern der pusht einfach jetzt kommt er einfach um die ecke warum anstatt dass er einen winkel hält nein gepusht ja spiel hat mir alex ne dann wäre er heute noch auf b äh auf a ne das safe ich hab keine was das ist böse ach so ich hab nicht drauf geachtet shit let's go das gerne gewinnen ja ja ihr bobos ich hab mit dem nix ne ich kann mit eigentlich nicht unser random geht jetzt ist jetzt die mitte evakuiert damit ist gesmoked ach so da können die nicht durchlaufen oder wie mehr wegen dir hm können die nicht durchlaufen nö abpb ja ja playground fuck it lol die orb hat mich ich weiß nicht durch wie viele wände durch mittel sauber also mittel ist nicht gedeckt ist aber ein riesen unterschied ne zwei noch a einer tür flaschbank goa eine armee in eine tür sieht sie gut aus ah ihr habt ne bombe ok oh 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 halt da wie viel hält denn der aus lol lol da kommt einfach eine tür raus wir haben keine orten wir haben nur mit ohpala ich hab mir schon wieder keine waffe leisten was soll denn das für n dünn 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 schmeißen spiel ist echt wie wechs ja wir haben den perfekten jetzt alles gefunden ja das stimmt wechselt jede runde die posi achte nicht auf sein geld ich hab nicht die posi gewechselt das gehe jetzt über a Mitte warum weil ich es kann was auch nein meins war hier weil na ja warum geht keine b das meine ich weil ich weiß nicht wie ein b ist doch einer oder ja ein random schmuggler yes noch mehr oh gut A ja noch mehr A ja noch mehr A er hat noch einer 40 aufspot er chillt immer noch auf B einer onspot 40 ja ein polizier oben ist highway hab ich ihn gekehnt ne nein das war einer ab einen anderen 40 hast du immer noch hier warte Falkling immer noch du hast ihn gesehen alle Y oder wie es da hinten heißt umgekehrt ja verloren 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 doch lol kein kit da lag aber eins da ist zu weit weg run 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 das war sie wirklich kurz vor der 3 Sekunden marken und ja ich hab nicht so ein kauf viel Mittel Nein, ich war doch schon in der Ecke, ja hier netcode, wir spielen Rainbow Six wieder. Bei A, FHP. Bei A, FHP, das ist der letzte Gegner, Alter. Ja, der war bei A, der hat FHP, tschuldige. Die Bombe liegt da. Warum Hacks, Alter, weil ich ihn da so direkt gedrückt hab? Kann nicht sein, dass du ihn erwischt hast, er hat noch FHP. Nein, ich meine die anderen drei, ich hab drei Leute, die waren in der AFK. Wenn wir von A kommen, hier, da ist er gerade. Ich hab ihn gleich. Jetzt ist er längst und du bist gemessert. Wo ist er, zeig nochmal. Warte, er ist gerade da. Jetzt kommt er gerade mal raus. Jetzt ist er hinter der Kiste. Warum versteckt er sich hier? Hinter der Kiste meinst du? In der Base versteckt er sich, ne? Macht mein Main da. Warum sitzt er da, Windstar hier? Du musst einfach mal so random in welche Ecken fliegen. Läuft. Ich hab ihn gesehen. Hier siehst du. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ach. Schlechte Netten. Boah. 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 Was machen die jetzt da? Stehen die alle in der Base oder was? 2 in front of B Was ist denn? Nein, du hast den Ding Dong gemacht! Ding Dong, die Hexe ist tot. Playground war ja schon 39. Ach ja, Counter-Strike. Alex. Was? Danke. Hey! Ich bin gespannt, wie viele Leute sich beschweren bei mir in dem Video, wenn ich nicht über den Kopf landen sollte. Ding Dong gespielt. Nee, weil meine Waffe links ist. Ich spiele mit linker Waffe. Mofa, Alter. Was ist das hier für eine Beleidigung, ey? Mit ist gesmoked. Wie hieß nochmal damals die Beleidigung Mensch ohne Freunde? Grenade out. Was? Doch, das gab es. Kids kennen das noch. Die coolen? Ah, ne. Oh, fuck. Also keiner aus meiner Kopf. Main kam ne Nate raus? Nicht die coolen kennen das. Äh, die coolen kennen das nicht. Das war... Die coolen kennen das nicht, war der Kontext. Und deswegen kennen meine Freunde, die das nicht. Wieso seid ihr alle Arie? Ja, weil ihr gecallt hat. Ich hab gesagt, da kam ne Nate raus. Mehr hab ich nicht gesagt. WB ungedeppt, ey. Jelutschels. Warum geht der nicht rein? Warum hab ich nur ein Dämpfer gemacht? Was ist das für ein Fake Rainbow Server? Ja, das hab ich mich auch schon gefragt. Auf A und B drauf. Auf A, B drauf. Hilfe. Hilfe. Also Leute, meine Community ist cool, wollte ich damit sein. Das war die Kernaussage. Und ihr seid zu cool. Alter, wer ist das denn neben mir da? Was ist das denn neben mir da? Was ist das denn gewesen? Was ist das cool bei dir? Die Rainbow Community? Was? Alle. Meine ganze Community ist cool. Meine ganze Community ist cool. Warte. Warte. Jetzt gesmoked. Ich bin down. Ich bin nicht down. Bitte rushed. Wohin? Weil du stehst ja doch. Zu mir. Highway hoch. Das kam zu spätialisiert. Ach, er hat mich gerusht. Ja, es ist halt Mitte Bob nicht gedefft, ne? Doch, ich hab Mitte gedefft. Ich hab sie angekillt in der Mitte. Was ist denn jetzt los da draußen? Auf den Train. Auf A. Zwei K. Einer noch K. Oh, einer K. Ja, klar. Bei Daniel laufen wir in eine Reihe da. Er hat 28 AP hin. Sollen wir ihm sagen, dass er A gehen soll? Ich bin K. 28 AP. Er ist rechts. Rechts. Man hat ihn gesehen. Hat man nicht. Ich hab gelobt. Hinter der Smoke. Aber ich dachte, ich hab ihn hinterm Stromkasten gesehen. Dachte ich auch. So. Jetzt läuft. Zieh durch. Zieh durch. Oh Gott. Er spreadet auch einfach nicht. Doch jetzt. Was? Oh, wir sterben noch. Watt? Watt. Irgendwie ist bei mir grad irgendwas kaputt. Ja. Das war was Neues. Nee, hätte man das in den Hintergrund, ich hoffe nicht, oder? Nein. Okay, ich hab hier irgendwie Feuerwerk 3 Meter neben mein Fenster. Das war die Bock im Pfeife. Nein. Und warum höre ich die immer noch? Das ist ein Soundbag. mitte damit zu einer der ist tot doch hast du der letzte ist auch noch davor hatten und scout den fuß abbekommen gute waffe wechselt das ist ein bisschen betas da aber du hast einfach ganz normal gegen kreisler nicht gestorben ist mit der doch wir hatten nicht also es war kein blut bei mir sind doch mit der ist einer ist da und mit der irgendeine ahnung Einer ist bitte down und irgendwo ist der andere. Die anderen drei die das Leben gehockt irgendwie. Wollen wir da boys? Ich hab keine Ahnung wo der Schuss gerade her kam. Er hat auch in der Ecke irgendwie ne Bon gezogen oder so. Völlig egal ob ich sterbe oder nicht. Der ist auch noch da. Der ist auch noch man. Nein okay. Wenn du da irgendwo hingammelst mit ner Shotgun. Er sollte die Smoke eigentlich nur droppen sehen und denken es ist ne Flash aber er hat gar nicht geguckt. Guck mal Gunnar ist wieder AP. Very important person. Heck nein. Diegel da. Und ne Fake Flash. Diegel und Fake Flash. Alex hat die Bombe wenns los geht. Nee. Hast du down und zack. Wer hat die Bombe? Du hast die Bombe. Komm her. Ich krieg dich. Ich krieg dich noch. Noch? Ich krieg dich. Ich renne mit der Bombe auf den Spot ey und dann leg ich dir vor die Füße. Dann plant ich gerne. Was? Ah er hat an. Jetzt angemacht. Ich renne jetzt raus Leute. Einer war yellow. Oh die Bombe hat gesessen ey. Oh lol. War es ein hunderter? Weiß ich nicht. Kein gleiches checken. Einer ist ähm. Barrels Shot. 93. Oha. Oha. Einer äh. Ohhhh. 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 Hektalweil. Ja. Klappen. Der auf Terror. Was ist denn da? Bleib doch ey. Da ist doch nix. Ja dann gehört es ja näher kommt oder? Damit man es von da aus treffen kann. Boah. Ich hab Kills mit der Diesel gemacht. Der war ja auch meine. Stimmt. Willst du wieder haben? Ich komm hier die. Echten Scout Killer. Okay. Wo sind denn diese ganzen Waffen hier die Suche? Oh warte mal. Ich will mal versuchen ob es noch so geil ist wie damals. Ah die gibt es doch hier gar nicht auf der Seite. Na gut. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Back7. Die Supernova. Äh die Supernova. Äh die Supernova. Die äh Back7 auch. Noch einer. Kill den. White Box. Der ist ja auch durch die Wand gewesen sein. Ja ist auch. No Scope durch die Smoke und durch die White Box. Natürlich ist der hier. Nee der kommt von hinten. Der ist in der Base und versteckt sich. Links. Ich dachte dann schießt mir den Code. Der defused. Oh. Er ist mitne. Terrorists win. Da für dass wir uns im Warm Up richtig fertig gemacht haben. Die ist jetzt ganz okay. Na der High drückt ja auch weiterhin. Ja. Da war sonst halt keiner. Im Warm Up haben wir richtig kassiert. Einer mehr Hacks gehabt als der andere. Hacke Peter. Ja. Ich will die Bombe nehmen. Ach du. Aber du Lambe. Oh. Ey ich meine Dardo aufgeschoppen. Ja CT ist gespoked. Flash von ran. Ja hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Was ist da denn kaputt? Aber zwei. Aber zwei. Aber zwei. Abhauen. Jeder. Jeder für sich. Ich glaub die haben die Bombe. Einer links. Close. Links doch close. Einer. Guck mal ohne Assist geht da gar nichts. Das war nett. Ohohoho. Die Paprika. Drückt aber zurück. Na der FB Connor. Und wann hat er in der Ecke noch einen? Ich hab hier doch einen gehört. Ja. Na klar. Ja ja klar. Da kommen wir weg. Drei. Drei Maktur. Surprise. Ja. Voll der Hatter. Alles klar. Guck da mit dem Rücken nochmal raus. Man hat die Szenen gesehen. Baited. Baited. Du hast links unten einen und close. Auf die Kiste links meinst du? Nee nee. Direkt direkt da da. Nee. Aber der ist glaub ich jetzt links unter Heaven gegangen. Wow. Guter Call. Guter Call ey. Ich hab gesagt der ist rechts in der Kiste. Wow. Wo er sich hinstellt. Goa. Was? Was hast du eigentlich für so ein hässliches Gesicht alter. Als Bild. Yellow. Das ist ne Schafsmaske. Und mein Bild und mein Text heißt. Das schweigen der Lämmer. Was ist denn so ein Schaf? Das ist doch ne Giraffe. Weil's gelb ist ne. Weil das Licht gelb ist. Ja. 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 ich krieg sie wieder auf was ist jetzt passiert dass der eine an hat so schlecht was geht denn da ab immer der da oben heaven wer ist das da das war der hier heaven oder hier adfk super ich habe auch gecallt wo wir planten stimmte dann die duft hat die hex gerade angemacht gleich dreht er sich durch die mitte wie könnte man die waffen noch mal angucken F Oh, das war durch falsche Taste Er ist wieder rausgegangen Zwei Leute K Rolling Ich weiß, wie ich Dauerfeuer machen muss an alle Pro-Gamer der Negev Einer B, zwei K Okay Äh, Abha, Abha, Abha Was ist denn da los? Hab ich gesehen Du musst jetzt erst nachschauen Ja Du kannst, die wird genauer je öfter du schießt Deswegen musst du dich draufhalten Die hätt bei mir hingeschossen Ich hab sie schon 100% genau, ich keine Du hast die überall hingeschossen Ja, weil alles mehr getroffen war Wieso, wer kippt mir nicht mehr? Wodka Balalika Biestig Goa Goa Was hast du da für komische Zahlbildung? Was hast du da für komische Zahlbildung? Ah, du hast immer die Nagel Klar Bist ja nicht gestorben Achtung Ich werde jetzt gleich schon mal anfangen Mich warm zu schießen Das ist doch einer im Salon Ähm, wir sind weg, Alex Ich geh rein Alles klar, komm Okay Ist jetzt wieder aufm Sponch Oh, ja, mich kriegt er mit der CZ Ich bin 5 Vielleicht hab ich die Nee Weit mal Die Wacken waren leer Das ist die Frontline, Alter Auf einmal geht's los Dann musst du dahinter stehen Und ein Geil, wie man sonst sich für das Kevler kaufen könnte Für 6.000 oder so Mit Blick übern Außen Kommt so dat Sponchwein da raus Oh, das war der Pfeife Rang 40, Alter Ich kann mir hier mein Abzeichen gönnen Nice Good job, WH3 Kann ich nicht mehr schreiben Doch, da Wer war dran? Alex Alex Also, ja, danke fürs Einschalten Hoffentlich hat's euch dabei Bei CS Source Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei CS Source Tschüss Tschüss Tschüss